Yo, hier ist der Rote auf dem Weg nach Schenkenhorst zum letzten Mal 2020. Ein bisschen Film, mal sehen wie alles da ist. Ich nehme alles auf, nur für euch. Bis dann. So, eine riesen Schlange hier in Schenkenhorst im Eingang. Wahnsinn! Hier Philipp Eggerts will fahren und kommt nicht dazu. Warum denn nicht? Früher aufstehen! Ja, kann ich mir auch sagen, irgendwo muss der nicht die ganze Zeit hier post machen. Weil der Rote jetzt abhaut, muss man ein bisschen krossen. Ja, geil. Ey, was geht denn? Boah, ein Sebastian aus dem Ostenrohrrad. Friede hier im Starten schenkenhorst zum letzten Mal wahrscheinlich. Verständlicher! Die Leute sind ganz schön kalt hier in Schenkenhorst. Drei Grad los! Und jetzt der Enduro-Spitzenfahrer Robert Riedel! During wir Lee Grabowski in Schenken zu verösen Wann nicht mehr zur Seite kommen? groundiles zu verlassen! Wir nehmen Gott auf 3, 20 Kilometer! Einfach in Schenkenhorst durchle den 1 Tikuar wird Glade. �eier mit Gerkswelt verbrennen. Einfach in Schenkenhorst. Mit Spitzen! Im gedacht nevsten General, einzug quindi! Es werden oben petite. Wie ist das fertig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Licks mehr, weißt mehr. mehr 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 wenig mehr 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 Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! So, Leute, 112 Mann waren heute in Schenkenhaus. Und das Video ist ja wohl der Oberknaller, oder? Bis dann, der Rote.